Nein, äh, Sniper. Sniper! Ey! Gib mir mal den fucking Sniper, du Bastard! Du dämlich Händchen Scheiße! So! So Aref, du hast dich beschwert. Jetzt will ich damit auch den Kill sehen. Jetzt will ich den Kill damit sehen. Das war ein Headshot. Der hat mich gehört, Alter. Oh, jetzt macht Fressy eine Gruppeneinladung. Alles klar. Ich würde sagen, wir beginnen unsere Aufnahme in 3, 2, 1. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und Anarbeiterinnen. Gefliegt in Runde Let's Play Fortnite Battle Royale. Zusammen mit Bloody und Fab Nasty. Hallo, was geht ab? Hallöchen. Hallo. Oh yeah. So, heute mal 3 Händchen gegen 97 Lachsnacken. Mal gucken, ob das was wird. So wie ich es rausgehört habe, bei irgendwem fehlt noch ein Lama. Bei Bloody, würde ich sagen, fehlt das Lama. Das heißt, äh, das sollte natürlich jetzt... Also, ich finde immer Lamas, auch wenn es drauf ankommt, finde ich keins. Okay. Genau wie gestern bei den Explosions-Kids. Ich finde immer Pample Nades und Nades und da haben wir nichts gefunden. Gestern hat das Paddy geregelt. Der hat in einer Runde zwei, äh, Lamas gefunden. Das ist zwar geil. Ja, locker und so. Äh, ich denke mal die Frage erübrigt sich, wo wir hingehen. Was ist das denn? Ja. Hier ist irgendwas. Ach so, was dann noch? Echt? Ja, aber so, was dann noch? Ah, wer ist der Dragon Fighter? Ach so, wir haben aufhören angelassen. What the fuck, Alter. Äh, mach mal bitte da was hinten aus. Ja, nicht genug Mensch. Also. Ja wunderbar. You are not the real Kiker. Willkommen, äh, im live stream. Und ich kann's sagen in der Aufnahme. Hi. Hallo, ähm, hallo. Ja, irgendwie funktioniert mein Sprachchat immer noch nicht. Okay. Sprachchat. Sprachchat läuft. Sprachchat läuft. Aber dann muss ich, äh, gleich mal euch muten. Ich meine, funktioniert eh nicht. Weil wegen Teamspeak und Rückkopplung und so. Fuck. Gibt es ein Echo. Danke Fabi, dass du's nochmal so schön vorführst. Aber mir kommt eh nix an. So wie geht's? Boah, doch. Kommt gut und selbst. Ja. Das ist ein Deutscher oder was? Ja, das ist ein Deutscher. Sagt mal, das ist nicht der richtige Fighter. Lamy! Ja! Leck mich abarsch! Mein Schifty ist Ehrenbruder! Pickt euch alle! Leute gesagt, Schifty ist Lamy Ehrenbruder! Ja, gestern aber nicht. Aber heute. Leck mich abarsch, ja Pisser! Jetzt hab ich mein... Jetzt hab ich mein... Mein Schifty, mein Lamy, Junge! Meine heut! Das liegt auch am Ehrenbruder-Skin. Am Ehrenbruder-Skin, wie du gleich übertreibst, äh... Ah, alter! Oh, oh, bloody! Bestes Skin ever! 1... 2... Wie bitte? Ähm, du bist YouTuber? Ja, genau. 3... Schöne Idee, wenn er auch gewollt. Enter Entertainment heißt der Kanal. Das sind... Äh... 284 oder 285 Abos oder sowas? Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Macht's voll Bock. Okay. Okay, dann schau ich da mal vorbei. Ja, gerne, gerne. Das ist Einstellungen. Bist du broke? Fuscht-to-talk aus, Sprach-Chat an. Anwenden. Ja, mach mal Sprach-Chat an bloody, das wär natürlich... Hab ich. Hab ich. Naja, ich hör dich auch doppelt. So, jetzt nicht mehr, weil ich Puscht-to-talk ausgemacht hab. Wie das aussieht, sind wir die Einzigsten? Ja. Jo, so muss das. So, Moin von meiner Seite, Sprach-Chat hab ich ausgehast gehabt. Moin. Da ist die, komm her. Lass uns zu vorn, ich bin grad oben. Warte. Da haben wir aber Glück, dass wir auch mal einen Deutschling jetzt hier reingekriegt haben. Normalerweise machen wir automatisch das Aufföllen aus, aber ja gut. Passt. Ich hab mal ein Schildi für dich. Das ist natürlich ja beeindruckend, dass ich den bloody, äh, nicht schlimmschalten kann. Ah, Fick, ey. Ach, das Problem hatte gestern Jenny auch. Da war irgendwas mit dem Streamen und, äh, sie macht das ja normalerweise so, dass in-game, äh, die Voice aus ist und sowas. Und da konnte sie mich nicht muten. Da meinte sie zwar, das wär jetzt nicht ganz so schlimm, weil sie weiß, dass ich halt nicht so viel Scheiße labern im Stream. Aber es wär halt dann auch ein bisschen unfair den anderen gegenüber. Hatt's ja recht. Oh. Oh. Hauptsache ich muss jetzt hier eiskalt sieben Munitionskisten durchnageln, ey. Ohne Witz so Daily Quest sei. Ist doch nicht schwer. Nee. Ist doch nicht schwer. Ist es auch nicht. Hä, sind nicht, sie haben dir den Loot vom Lama noch mehr runtergeschraubt? Und du kriegst gefühlt gar nichts mehr daraus? Ich krieg 200 von jedem nur noch. Ich weiß. Das haben sie so seinen letzten Applet schon. Nein, das waren 300 das letzte Mal. Safe? Ja. Mhm. Safe. Safe Call. Ich bin ja der Lami-Spezialist. Eben grade, das wissen die Zuschauer ja nicht, äh, eben grade hab Bloody noch rumgemeckert, dass er die ganze Zeit kein Lami findet. Ja, weil ich ja normalerweise der Lami-Spezialist bin, deswegen. Ja. Ich finde nämlich immer die Lamis. Fabi hat, äh, dann gecallt, ja, Schlifty, Ehrenbruder. Äh, und zack, jetzt, sozusagen, instant ist es Lama da. Schlifty ist auch Ehrenbruder. Und wir wollen immer Ehrenbruder bleiben. Ja, manchmal gibt's ein schönes Scar, manchmal ein schönes Lami oder ein Sniper, auch gut. Schlifty ist einfach gut zu dir. Bist du gut zu Schlifty, Schlifty gut zu dir. Säuber ist es. Säuber ist es. Säuber ist es. Alter, das ist nur ein Sportmann. Na, den Cent nicht erhört. Ah. Schlifty ist einfach nicht erhört. Läu. Ich glaube, wir haben hier, so ziemlich alles weggeballert. Das haben wir auch alle Gästen. Das glaub ich auch. Okay, unser Kumpel, ein Feind. Nein! Was? Alter Drei leute, drei leute, drei leute Alter, wo bleibt denn hier? Geh, Alter, was macht ihr da hinten? Ja, was pimmelt ihr denn da noch rum? Ich hab ihm instant geholfen Ja, wir sind auch instant losgelaufen Ja Mann Einen hab ich niedergestreckt, wenigstens Ja, verblästlich ist ein übel slow, hast du C4 oder so? Ja, damals machst du jetzt ein Multi-Kill-Tipp, aber ja, wahrscheinlich NEIN Zum Thema Low, der hat 192 HP Ja, oh fuck war der Low, scheiße Geh, geh, Alter Also, der hat ja ganze 8 HP verloren Also, ich kann mich erinnern, dass ich alle jedenfalls angehebtes hab, mehrmals Der eine hat auf jeden Fall von mir einen richtig nicen Headshot gefressen Ey, warte mal kurz, ähm So wie sich das gehört Ähm Wo ist das? Achso Achso Okay, wir müssen wo wohin fliegen Wieso, was brauchst du? Wohin denn? Ich weiß, ich weiß, wo er hin will Achso Kannst du dir zeigen Hast du den Stern noch nicht? Ich weiß es wo Ich weiß es wo Ich hab grad das Bild angeguckt Ich kann's dir genau sagen, weil ich hab ihn toll Das ist der Fallschirm bei ehemalig Anarchy oben Was? Der Stern? Nein Er redet vom Zusatzstern Ach, es gibt einen Zusatzstern Vom Zusatzstern Vom Dasty hast du den schon? Ja Ich bin ja schon Battle Pass 18 mit 8 von 10 Sternen Ich auch, ich bin dann gleich 19 Welches Level bist du? 19 Ja Eben Wenn ich das Level 19 hab, bin ich auch Level 19 Wie das halt fast 1 zu 1 schön wieder ist, ey Ja Schön am Suchten hier So muss das, ladies and gentlemen, so muss das Das heißt, die Suchten Und wir haben es wieder nicht abgeschlägt Mit dem Auffüllen Leute, wir sind echt geprofen Du bist der Hauptauspieler Nein, ich wurde vom Bloody eingeladen Dort Dann ist Bloody der Horst Ja, wegen dir verblässt du dich gestern ja Auffüllen anmachen Weil du mal irgendwelche Mates haben wolltest Dann hab ich's vergessen auszumachen, weil wir nur du gespielt haben Seine Schuld Alles ist deine Schuld Wir müssen genau da ein Nämlich alles verscht Ja, ach nee, ich hab auch im Bild geguckt, das ist da Aber so läuft der ganze Spot da unten Hm, dann seh Ich bin nicht mehr Ja, hauptsache er nicht zu wollen, was wir machen Ja Voller Außenseiter Und er hat einen YouTuber im Namen Hm, ob das wohl YouTuber ist? Du hast gefühlt hier den Namen Du hast gefühlt hier den Namen Wer hat noch einer noch? So, wo genau? Ja, ich hab keinen Ich hab nice den, die wir dich gerade haben Habt ihr ihn? Hier sind zwei Ich hab' den Namen Ich hab' den Namen Geh' Du hast ihn vor Ort und macht den anderen weg Oh, wo ist der Stand jetzt hier? Hier auch gut Ja, ich hab' ihn noch nicht Bei... Wie soll' ich schädig und so, ne? Hm Hat jemand von euch zufällig Heal das? Ich hab' auf jeden Fall ein Schildi Ein Schildi Ein Schildi Ein Schildi Wenigstens etwas hier, ne? Weil ich hab' einen Trifil gefressen Hm, ich auch Oh, ja Oh, yeah Mich würd' mal eure Meinung interessieren Soll ich in die Fortnite-Folgen im Hintergrund Musik rein schnibbeln, oder? Wenn die leiser ist Ja, man darf' den natürlich nicht voll aufdrehen, ne? Ja, dann... Na klar, warum nicht? Aber darf halt... Muss halt passen irgendwie Weiß nicht, atmosphärisch müsste es sein Ja... Schreibt's mal in die Comments, ob ihr sowas mal haben wollt Dann... Können wir das ja mal testweise machen Hä, hier war doch... Wau ich nicht grad ne Kiste? Ich hab' nicht... Wegen Waffen, ne? Ich wollt's eigentlich nur mal ganz kurz anmerken So Ja, ich hab' auch 4 Schuppen der Schrot und 1 C4 in der Hand Wow Eben Wow Ich hab' ne Schrot Ja... Lass' mal da schnell... Wurden... 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 Also... Ich geh' jetzt schon mal Richtung... Loot Lake... Ich will... Irgendwo mir mal ne Waffe grabben, ne? Wir sind... Blaue Revolver Scheiß' mir in die Hosen grad'n bisschen Da hüpft einer blatt, links in mein Haus rein Weiß Hab's gesehen Ich bin halt so ziemlich One-Shot grade Endlich, ey Ist der immer auf? Ja Ja Oh... Endlich hat Papa was zum Spielen hier Oh, dieses Auto, ne? Hörst du, mach' den weg Ja, ey Ich bin One-Shot, Junge Ja, okay, Alter, hast du den nicht getroffen? Ich bin One-Shot Ja Ja, ob du den nicht getroffen hast Ja, mit einem Schuss Ja, das hättest ich eigentlich ficken müssen War der 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 im 80er weiß jetzt ist er alleine ich hab sein mate noch weg holen können ich hab im 80er weiß gegeben ja ich hab im 20er weiß gegeben ja gg er überlebt aris wahrscheinlich auch so verwundert was ist das denn ich kenne das ja schon aber man muss sich erstmal gewöhnen was ist denn das würde wenn du mal damit gehen würdest der mate soll seine art schlieher bewegen hat ja hier eine markierung gesetzt ja ja in der zonen markierung gesetzt nenne ich ja voll unnötig weil dieser weiße strich aber quer über die map führt ein sowieso dahin ja baue ich die ganze bäume ab ich bin mir nicht sicher ob weil ob die gegner jetzt ein bisschen wo wir sind naja also ich habe nur diese m4 in der hand reicht doch ja aber ich hätte schon ganz gerne ein dickeres ofenrohr da so als mit richtig viel bürger in der kiste findest du ihn rocket launcher beschwert sich dass er keine waffen hat ist aber den revolver liegen der revolver nehmen wir auch nicht der ist gg auf dem kopf dann beschwer dich nicht dass du keine waffe hat alter heute leise ja doch der ist aber gg auf dem kopf so warte der graro revolver macht standardmäßig 54 schaden na wo will dahin der l hurensohn der interessiert sich null für uns gut das könnte ja was werden jetzt hier und was ist eure meinung so wie die map jetzt aufgebaut ist hat was ne ich bin ein bisschen traurig dass meist die weg ist aber ansonsten ach wo ich sie scheißegal dass ich weiß nicht dass er so selten gelandet meinten muss sie war richtig nice eigentlich ja da ist nie das ding ist egal da ist aber loot des todes gewesen nein doch den schiff die lassen doppelt so viel ne geiler und geiler und schiff zu sie sind und gegner muss dort töten ja gut alles man da vorne ist überhaupt nach was soll ich machen davon dass in youtube wo ja 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 lauf ich war gestern am überlegen welche scheiß taste das war aber ja gut ich hoffe ich weiß alles ich habe gar nicht genügend material dafür ich war gar nicht großartig fahren ich war gar nicht großartig fahren ich war gar nicht großartig fahren du brauchst die treppe und springst doch gegen die wand alter hauptsache du hast nicht genug material da hochzukommen nein alles klar da ist eh rocket launcher drin nein äh noch keiner sniper ey gib mir meine fucking sniper du bastard ich glaub ich du dämlich händchen scheiße hauha 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 der hat mich gehört alter hauha 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 voll am ausrasten hier in drei zwei eins und tilted da da er bleibt aber einfach stehen wie zum bot der Gegner und tschüss aus hauha 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 guck lieber auf den da oben der da piekt hauha 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 der springt auch koppelt runter hauha ich bin der push oh nein hauha 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 komm mal her du Lachsnacken Wenns euch gefallen hat lass uns durch ein Däumchen nach oben wissen wer richtig richtig push ihr könnt natürlich auch komplett kostenfrei diesen Kanal abonnieren damit ihr nichts mehr verpasst ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage chowh bitte und noch einen wunderschönen Tag Ciao!